Hi Leute ich bin Güril Sahin, Landschafts- und Werbefotograf. Adobe Stock hat mich gefragt, ob ich bei der Make it Happen Serie mitmachen möchte und ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut. Ich zeige euch, wie ihr in kürzester Zeit mit Adobe Stock Elementen in InDesign eine Präsentation erstellen könnt. Es ist echt easy und selbst wenn ihr noch keine Erfahrung in InDesign habt, werdet ihr mir folgen können. Geht auf den Adobe Creative Cloud YouTube Kanal und schaut euch dort meine Make it Happen Episode an. Viel Spaß!